So und herzlich willkommen zurück bei League of Legends. Tom ist dabei. Hey. Ich bin dabei. Hey. Ich gehe auf die Wattlane mit Tom. Ja. Ich spiele Kalista, er spielt Braum. Unser Team. Leblanc Mitte, Jax Top, Tsing Tsou Jungle, Gegner, Anivia Mitte, Exai Jungle, Renekton Top, Ash und Annie auf der Wand. Unsere Schickbahnen sind verflogen. Ja, natürlich. Auf jeden Fall Leute, ich bin Kalista Noob. So was von Noob. Ich hab nur gottlos sie zu spielen. Das war Freitag was essen gehen. Das ist voll Bock. Klar. Nein. Klar. Nein. Ach nee, kann ich eh nicht. Doch. Nee, danach die Woche wird nicht gehen, muss ich mich anmelden. Achso. Ja, ich guck ja, ich bin noch am Mittwoch kommen die vom Hebeler. Ja, du hättest, äh, du hättest hier mitkommen können, ne? Und du hättest dich auch anmelden können, für so eine Schule. Du brauchst nur, äh, das endgültige Zeugnis muss, äh, Kuh haben. Ja, wollte ich sowieso nicht. Ich wollte sowieso nicht Abi machen. Ah, auf einmal. Ja, ich hab mir so richtig überlegt und ich mach das doch nicht. Du kannst auch nur Fachabi machen. Hä? Du kannst ja auch nur Fachabi machen, ja. Ja, das reicht mir. Nö, die gibt mir. Das hat mir echt viel gegeben, die Olle. Hingerichtet? Was macht der? Wat? Hat der die Crocs versucht, du darfst? Nein, der hat den Woolleim versucht. Also den Blue. Och nö, mit dir und Dingens und dem Relikt ist das voll scheiße. Teilweise. Mit Kalister und Relikt. Ja. Oh, eigentlich Support hab ich auch lange nicht mehr gesehen. Ach, ich hab mein E, ne? Stimmt. Oh Gott ey, warum hab ich Kalister gewählt? Egal. Ich auch nicht. Ja, ey, zeitgleich vergeht's nicht, ne? Ja, die fackt schon mal. So, Hobben ist nicht da, das ist gut. Komischerweise war der gestern Abend auch nicht da. Obwohl der heute arbeiten muss. Hey, komm. Komm. Ich treffe auch keinen Kuh. Aber ich hab gestern nicht gezockt, das liegt daran. Ja, natürlich. Yeah. Schön. Ich gehe schon mal. Okay. Ich bin nicht. Du bist nicht noch so. Ich bin nicht nur da. Ich bin nicht mehr von Ihnen. Es ist nicht nur wie vor. Ja. Ich bin nicht noch nicht mehr von Ihnen. Die Personen dieses Geräts trieren grürt! Jetzt nicht mehr von Ihnen. Und dann kann es mehr von Ihnen noch. Ich habe einen und kühlen. ich komme nicht an die ran treff die noch an gut doch auch nach der Karte er kommt es da kommt den ins Land da hat es machen sollen jetzt sehen können ja und dann es abkommen als er schlecht habe ich hier gewählt wurde also geflasht ich mache noch ein bisschen Minions mach du ein bisschen Minions ich... hol mir... ein... Chapter so... wie sieht's denn aus? ja trotzdem war... eigentlich ganz gut ah du hast ein Kill? ok ja sorry aber... ich hab ein Kill... ja ich hab's ja nicht gemerkt... ok... Jack schiebt ins 2 bei dem Renekton, ne? Schön! ich kann den Schönkeiten hm... warum fühlt sich so langsam an? oder hat Anivia vielleicht nicht schlecht? voll Müll ah, das kenne ich nochmals so... ja Rex heißt müde sein oh ich mag nicht Ash ich mag nicht Ash ich mag nicht Ash ich mag nicht Ash na... oh man ich hasse... und Tom so ok mach was aus ja geht grad schlecht geht grad schlecht ah... alter... das war ein Fail ja ich meine... das war geplant was hast du eigentlich gekauft? was hast du eigentlich gekauft? also... alter... Xen und Blutrausch lol Ash hat sich erstmal Crit Chunks gekauft wo laufen wir damit? nehm ich ja... wir können eigentlich rein, oder? bevor die jetzt 6 sind obwohl wir sind früher 6 ja äh lass noch warten ja 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 so so rein nein komm die Ash einfach kein Damage drückt weil die einfach nur BF hat äh kein BF zu gehen Dorans ja ich werde auch kein Damage drücken ne da wird dir schon klar sein äh wir müssen jetzt 6 sein dann ist das easy mich wird draußen noch äh die Vasallen hier noch dann warst das würde ich sagen hoffentlich ich hab auch kein Mana ich hab grad nicht so viel äh werf mich einfach dann direkt mit Ult hatte ich vor ja echt zieh dich ein du musst dich selber werfen ich mach dann hast du Ult? ne noch nicht ne lol du bist früher Level ja ich hab ich hab auch ich hab was angeklatscht ja ich bin auch gestorben bis du tot warst ich brauche ungefähr ne Hälfte bisschen weniger was? bisschen weniger soll ich rein? ne noch nicht na jetzt was? 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 sagt er klappt er ne? doch nicht ja ich wollte eher auch noch auf Andy na egal ich bin jetzt doch 6 komm wie useless ey ich einfach ist ich bin nur wenn die den stun richtig tritt kann die richtig klatschen sonst nicht ja einfach die Mobilität fehlt ne zählen was ich dann mache ich zurück na er macht er nicht oh da braucht Hilfe oder? ich geh mal zu Oh, hab ich einen Double Buff! Warum nicht mit Braum? Alter, ich dachte, das wäre ein Gegner. Ist eine weg? Da ist sie ja. Ich bin jetzt schon 7. Kannst du einen BF holen? Ja. Dann? Ich will aber keinen BF. Oh, jetzt machst du das ernster? Ja, ich hätte Bock. Oh Mann. Jetzt sag ich nicht, du bist nicht weggekommen. Ja, bin ich auch nicht. Ja, das war's dann. Quatsch. Oh, doch nicht. Ja, hallo, Annie? Hier kommt Flash. Soll ich's machen oder nicht? Ich hab Bock auf Brunens. Na komm, ich will ja ein bisschen zeigen. Ich mach. Ich mach. Alles ohne ein Bild. Alter. Asch. Null Damage. Die müssen jetzt nochmal klatschen. Ich könnte die 101 klatschen. Na, tu das. Ich hab Ulti jetzt, ne? Also wir könnten die zerstören. Ich glaub ich auch kein Damage. Na egal. Ich muss einfach mal Speere in sie reinbekommen und dann einfach rausziehen und dann ist okay. Reinbekommen raus. Ah, ist weg. Und die dürfte eigentlich gar nicht so viel Gold haben. Ah ne, die ist doch nicht weg. Jetzt ist sie level 7. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ich hab mich mal. Ja, ich dachte du gehst dann noch ein bisschen nach vorne oder so. Wie war nicht mal ein Sichtweiter? Alles deine Schuld, man. Mhm. Egal. 68 Sekunden. Wechsel ist top. Ja. Toll. Da ist nochmal ein bisschen zu spüren. Nehmen wir ihn gepat. Zu spüren. Wenn was angefangen wurde, muss zu Ende gewesen sein. Ok, ich hab was Onans mit 150 Gold. ich habe vier sekunden ein Ulti willst du da rein? joo warum nicht? Minions oder auch nicht oder zwei Ulti in mein Gesicht ja ich hätte dich schilden können hätte ich vielleicht mal zuerst machen sollen ja man kann halt in so einem Mast nichts voranrichten ja das stimmt schon aber ich hätte schon auf dich springen sollen ja ich habe jetzt meinen Run ans das waren noch 15 Gold diese Gates sind auch irgendwie voll verpackt ne? boah alter die Checks wird zerstört bringt nichts dass ich 3-0-3 stue hä ich dachte wir machen drape ja Annie ist tot lol ich will assist weee warum mir killst du das? ja komm der wird trotzdem carry'n warum wir den Farm nicht nehmen? ja jetzt können wir draken ja dann wird uns auch top ich mach den dann warum macht ihr den dann? weil ich mein Dings hast mein E und was macht Leblanc? die sollte da reingehen boah der ist Leblanc ja mein Dings macht einfach zu viel Schaden deswegen die Sonne ist auch gut mit äh Kalister müssen wir auch kaputt machen was soll mit pushen? obwohl ja die hätten wir eigentlich nehmen können ja ich warte bis dann aber Annie ist auch noch da lass mal zum Tor ja ich hab die Dings Boots oh nö die kriegt den ich mach Dreck Old voll ne die kriegt ja nicht ne du musst holten und dann muss ich dich nochmal holten weißt du ja sollen wir starten? ne noch nicht alter der ist das richtig heftig ich hab meinen Exhaust erst in 30 Sekunden und ich würd da gerne Wards setzen echt du musst alles abfangen ja du bist ja nur den Annie äh Ash-File dann können wir auch gewinnen ach den kann ich direkt blocken? ja aber du wirst zwar gestunt aber ich hab den Schaden nicht das ist so heftig das geht schon ab einfach so ein einfach so ein für den Wave Clear Top ist weg hat Top teleport deinen Gegner? nö nein haben die wieder teleport? ja vielleicht verliert er das hier nicht so schnell Drecksal der will ihn angreifen warte ich will jetzt so weißt du tun ob ich wohnen werde? oh ey na der drückt aber ganz schön Das hat mir jetzt auch noch mal lassen. Aber als Helleser fühlt sich so langsam an, ne? Das machen wie dir geht, ey. Ja, hab's gesehen. Ja, zweiten Tor hat er geschenkt, oder? Läuft. Ich mag doch springen, kann ich zwar so... Okay, tschüss. Wir hätten da eigentlich drauf gehen können. Ah, okay, sind da keine Mana. Ja, ich hab auch fast keine Mana mehr. Jetzt sterbt doch nicht alle, Alter. Der stirbt auch noch. Oh. Hat überlebt. So. Alter. Top Tower auch weg. Der ist schon Level 13. Der Blanc ist Level 12, wie das denn? Die hat 117 Farmen. Nicht schlecht. Nehmen wir. Dann müssen wir kriegen. Den will ich haben. Ups. Alter, ich hab so keinen Schaden. Naja, ist doch nicht. Ja, das ist ein bisschen zu spät. Ich kann doch mal slowen. Vielleicht hätte ich nicht Flash müssen. Oh mein Gott. Egal. Ich hab noch meinen Q. Ich hab irgendwie keinen E-Stacks mehr gehabt. Das ist doch komisch. Ich konnte meinen eh nicht drücken, weil ich voll viel in das Spiel reingebaut hab. Aber Flash braucht man nicht. Komm mal in meinen Blue schauen, bitte. Okay, der Blue ist da. Ja, der war Rixar irgendwo. Er kann ihn smiten. Egal. Naja. Mein E ist stärker als ein Smite. Ah, er ist da. Ja. Lass ihn nehmen. Good job. Oh, nice. Oh Gott. Wir haben den Bot vor. Ja, da wird sich drauf geachtet. Egal. Sollen wir weiter pushen? Ne, ich geh mit Deffen. Okay, gegen ihre Neckern können wir nichts machen. Moment. Ja, die pushen ist das gut. Drake in 50 Sekunden. Okay, ich geh nochmal zur Base. Alter, der. Checks drücken 0. Ja, das steht 1,5. Die haben leider eine gesunde Mischung aus ADM. Okay. Wir haben. Wir haben. Okay, wir haben ADC, ne? Alex in der haut richtig rein, Alter. Mal sehen, was er macht. Ah, gegen Renekern kommt er glaube ich nicht an. Ich geh mal mit, ne? LOL. Aber klar. Versuch dir da die Grungs... Dings zu machen, schaffst du ja nicht. Die Grungs. Ja, ich geh mal oben helfen, ne? Ja, ja. Das wird, glaube ich, was... Obwohl... Geh doch drauf Jax, oh der Jax ist auch gesplendet. Ich mach mal Draken, also ich versuche ihn zu müssen. Ja, mach du. Der Jax kann ich nicht retten. Rettet mich selber. Ich verspürt, regt er dann 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alter. 30 Sperre hat er gefressen. 30 Sperre und das macht 2200 Schaden. Lol. Oh verdammt. Na komm, dann ist die Zeige. Ja Achtung, die kommen runter. Ja. Mein Old ist, äh, ready. Ich komm von hinten. Hach denken, die können die Drake machen. Ich hab ja schon gedacht. Haha. Haha. Ich weiß nicht, was man da jetzt machen kann. Einfach mit pushen. Ah, was schlecht ist. Wann ist das Ende? Ja, okay, wir müssen das feiten, weil ihr den Typer es raus habt. Müssten wir eigentlich schon, ne? Ah, nein. Ah, was soll man machen? Ich hab nicht einmal meine Weh benutzt, ne? Doch, vorhin einmal. Aber auch nur einmal. Ja, okay, stimmt, ja. Die ist eigentlich übel praktisch. Du denkst aber nicht dran. Also, wir müssen natürlich nicht dran. So, wir sind weg. Wollen wir die Steine machen? Krunks, bitte. Wann der Krug heißt das? Wann hab ich denn genug Geld für meinen? Ja. Hab ich. Ich hab grad irgendwie nur 500 Gold. Komisch. Ja, Alter, der Jax, der fietet kein bisschen, ne? Einziehen. Ja, der geht auch auf Eis-Gebräne-Handschuhe. Verseiten. Oh, der geht... Okay, der geht hier. Wer ist das? Auf Hexen nicht. Stark-Jax sind so aus. Aber der hält nicht so aus. Und Turbot. Also, Top-Deffen oder Mitte-Pushen? Mitte können wir nicht pushen. They know I'm Pro. Sieht man an seinem Bild. Ja, willst du den Blue? Ja, ich glaub, den Blanc. Ich will den. Ja, aber wenn wir den nicht machen, bringt uns auch nichts. Boah, Alter, das klingt hier doch arg, ey. Boah, Alter, das klingt hier doch arg, ey. Ich find den. Hat der Rex High Blue? Ach, nee, wie hat den? Ja, okay, hat der, wie hat den? Oh Gott, ich will nicht sterben. Ja, komm, dann geh ich hier hin. Warum hab ich gepinkt? Scheiße. Was ist das für den denn haben? Okay, oder auch nicht? Ich hoffe mal, ich bin so cool, komm hier rüber. Nein. Leute, der nimmt den eh. Ach, der nicht. Verdammt. Ja, der will sich hochleveln, denk ich mal. Wir sind jetzt, dass er nicht mehr so viel Chance hat. Boah, Ajax, was macht der die ganze Zeit? Nur im Gegnerischen Jungle. Ich will nicht, dass er dieses Ding kriegt. Ja, lass wir das machen. Meine Geister, Ruhe, Ruhe. Ah, okay, ich bin hier allein. Ja, komm, ich geh hier hin. Ich ping das doch nicht. Ja doch, das ping ich. Ja, lieber hier Tower. Scheiße, die wäre jetzt gemacht worden. Oh, der ist doch gecatcht. Man kann nicht trotzdem durchgehen, Leute. Ich will nichts hin zu sich bekommen von ihren Attacken. Wir werden von einem gelangst in ihr fliehen. Echze, Alter. Also, der hat Eier. Danke aber, Lecker. Das ist mit dem Baby Dorn, ey. Das ist mit dem Lied. Wir müssen juken. Ja, der ist ja. Alter, wir rennen hier nur rum, das bringt nichts. Lass mal Bot durchpushen. Leute, die pusht... Bot pusht sehr stark sonst. Na komm, dann ziehle ich die einfach. Jetzt kommt mal hier auf die Lane. Also rein. Also ja. Da kann ich auch nichts machen. Achso, es war ein 4 gegen 5. Schön. Äh, ein... Achso, er hat einen Jackspot. Ich kann nichts machen, der... Der hat gar nicht noch geflasht. Da hat sie mich gestanden, aber ich tue. Aber ich willbohrte den Zingshaw. Meinst du? Ja. Meint ihr die Wurfs zu zielen und so? Ja, auch die Kills. Ja, das auch. Wir hätten den fast nicht bekommen, hast du gesehen? Nee. Geht cool AD, das macht keinen Sinn. Weil der da einfach nichts ausfällt. So. Was kaufe ich noch? Jetzt wird nach uns erlaubt. Jacks hat gerade geschrieben, mein News ist full. Nee, ich hab halt fuck you geschrieben, deswegen dachte der, ich schreibe es für ihn. Ja, wir können... Ernsthaft, Mitte wird gepusht, bis zum Gehtnichtmehr und dann... Ich verstehe die Calls nicht, dass die... Jacks ist hinter uns. Das verlieren wir jetzt hier. Aber ich verpiss mich. Mich ganz nicht mitkommen. So, Job. Hat's voll gebracht. Die haben gesehen, dass wir den gemacht haben und der pusht ihr und ja, sehr gut. Hat's voll gelohnt, ey. Ja, Baron Calls sind so unnötig. Ja, das ist so dumm. Ja. Mal die Fresse halten, wenn er feedet. Einfach mal die Fresse halten. Ja toll, ich kann jetzt nicht deathen. Geil. Ja. Wir haben sogar Baron, achso. Ja, ja, das ist, das ist ja nicht das Problem. Ich hab ihn ja nicht. Ja, ja, das bringt nichts. Ja. Alter LeBlanc, nimm doch den verfickten Farm. Ja, ne, lieber weiter pushen. Ja, ich hab ihn auf jeden Fall. Weil du hast mehr Farm als der. Einfach die Fresse halten. Ich bin allein, ich bin ja nicht allein sein. Ja, von der einen Seite hast du ja gewohnt. Oh, ich wollte gerade meine Ult machen. Oh, das war faszin. Ja, da ist. Ich nehm die Creeps hier. Wir nutzen Baron auch gar nicht aus, Alter. Wie pushen wir uns? Ich hab ja nicht meinen. Ja, aber ich hätte ihn. Aber es ist jetzt auch schon gleich vorbei. Ja, ich trau mich nicht gegen Renekton. Jacks Build ist so null. Wow. Vollgebracht. Er wollte ihn vier Sekunden. Ja, bringt jetzt gar nichts. Ich sag ja nur. Ja, geh einfach weg. Ja, die macht, die sperrt mich aus. Schön. Gut. Sollen wir ein bisschen. Na gut. Ja, weil du schlecht bist, Jacks. Ganz einfach. Ich hab so Bock auf unser neues Projekt, ne. Das wird mal flasserspielen werden. Ja, warte ich. Na okay, kann man nicht mehr retten, die ist tot. Komm noch her. Wo ist Rick's high hin? Ja, ich nicht. Der war weit über der Wand. Oh, Alter. Ja, der ist weg. Ja, hier hat Drake, ne. Ja, wir fehlen jetzt den Drake. Das ist ziemlich schlecht, ja. Ja, das Team. Das ist ziemlich nervig. Nee, nee, der ist noch nicht verloren. Voll in die Fresse. Ja, halt im Stun. Kein Problem. Ja, jetzt müssen wir pushen. Andi, wir hast raus. Das war der und der ein erster, ne. Ja, gut. Ja, trotzdem. Wir sind so stark wie wir. Ich finde, der ist der stärkste, oder? Ja. Okay, auch gut. Ja, ist aber richtig so, dass die den ersten den stärksten machen. Also, der stärkste ist ja der fünfte, aber ich meine, das soll. Nice. Nice. Sehr schön. Ja, ich habe 3,5k Gold, ne? Wir müssen den Taumann bekommen. Let's respect. Vielleicht muss ich für Kalista main. Ja, klar. Äh, macht das lieber nicht. Ich mach' ein bisschen mehr Übung mitnehmen. Kiten. Dann bin ich pro. Äh, let's item. Hallo, bis weg. Ich hab' bis hier. Was soll ich als let's item holen? NGA. Nein. Nein, holt ihr... ...ein Sunfire? Wisstet, dass wir zurückkommen. Oder ein Taumail wäre nicht schlecht. Nee, das ist nicht. Ah, doch, Sunfire wäre... ...besser. Mit, was soll ich mir jetzt? Ich kaufe mir so selten Sunfire, ja? Keine Ahnung, ich mag das eigentlich voll nicht. Also, die Blonk, die überzeugt mich auch nicht so wirklich. Aha. Ja, die fahnt halt. Ja, okay, Sun ist ja der Beste. Ja, komm, lass mir mal 4. Ich hab' jetzt, äh... ...Konselbe. Theoretisch müsste der... ...Brin da sein. Wurde er gemacht? Ja. So schnell schaffen die nicht. Boah, die drückt mir aber. Wenn die jetzt den... ...den jetzt startet, ne? Das ist ein Zaun natürlich. Ich helft ihm nicht. Ich auch nicht. Jetzt können wir ihn machen. Keine Sorge, ich geb' dir Schilde. Lol. Der Jungler rennt raus. Ja, ich mach' den Drake. Warum kriegt er Leben? Ja, schön. Nice, gemacht. Das war so dumm, Alter. Oh, dieser Zinksaune, ne? Alter, richtig schlecht. Einfach richtig schlecht. Heftig, Alter. Oh, der Jax... Oh, Gott. Alter, fuck ab, Alter. Jetzt können die wieder pushen. Jetzt kriegen wir noch einen Tower in der Mitte. Schön. Was macht der Jax? Ich kann den Scheiß nicht deffen. Hm. Ich zieh dir warum nicht, ey. Das ist der Tanky. Ja, ich... Ich hab' meinen E gemacht. Und dann hat der Baron wieder 100, äh, 1000 Leben bekommen. Ja jetzt einfach müsst ihr durchpushen, ne? Jax konnte natürlich nix holen außer Farben Das Jax Bild bringt nix, Alter Alter, baut der... Ey, scheiße, Wutklinge, Alter, die sollten ja auch sein, Alter Kannst denken? Auf keinsten Oh man Ja, musste sein, Zwei Ich hab auch geflasht, ja egal Ich schon Ja, lass weg, jetzt mach keinen Fehler mehr Last bot Drake, 14 Sekunden Das war jetzt recht, richtig gut Also das bessere hätte jetzt nicht passieren können Der Kill war nicht extra genommen, ne? Ja egal Boah, ich krieg so viel Leben wieder, ne? Ja jetzt Drake Das Bild ist gar nicht mal so schlecht, ey Mach den Tower, mach den Tower doch Geht doch Besser Nice Ne, geh da nicht hin Nein, geh da nicht hin, auch mal Jetzt muss mein Schaden an Zack Daneben Ich treff so oft mich, ne? Daneben Aber trotzdem mein, mein, äh, Score spricht für sich Meiner auch 6,9 Hm, 9,60, hm? Kann aber Fahre Einer, 9 Wieder so ein Endlosmatch, ne? Ist doch schön Lol Okay Mehr Druck Jetzt hab ich viel Angriffs wie du hast, ne? Ja, ich hab ja nicht mal Statik Stich, oder so Ja, das ist es Ich will mehr Gold, ich will ein Goldgeil, Mann Ich will, ich will, ich will, ich will, hier, yes Ja, so, so Catches müssen wir haben Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er Kriegt ihr den? Ja Ich will mich rüber, ne? Ja Nett, geil, yes, ey Nicht schlecht Also, wenn wir den In-Hip, den In-Hip brauchen wir Ja, warte, lass mich schon mal hier bitte, erstmal in Vollbit Ey, was will der Jax, ey? Okay Oh nein, was mach ich da zurück? Und, so Ja, ich bin Vollbild 482 AD Geht voll klar Ja Mir fehlen den 18 Oh, die Wallen, nice Oh, jetzt müssen sie einfach Aber, was machen die, ey? Ich bin nicht mehr da Und die feiten einfach nicht Ja, okay, dann können sie auch nicht da Alter, was ist raus? Alter, wir können ja gut Stellung halten eigentlich Fuck, sie nimmer, lieber hier ein paar Buffs machen Komm, wir schaffen das easy Ich bin das erste Mal gestorben, bitte Und du machst einfach nichts Ja, ich hatte keine Chance Ja, ich hatte keine Chance Hatte ich nicht meine Ulti? Oh, toll Ich hatte jetzt meine Ulti auch Okay, zwei Nips down Oh, ne! Mies, ey Also, könnte es das Ende gewesen sein? Ne, wir pushen nicht Mach doch zurück, Alter Sie macht nur Outlets LOL LOL LOL, der hat den Nenem nicht gemacht Okay, geil LOL, warum sind wir wieder direkt in den Tod? Hä? Hä? Ja, komisch, hey Jax hat die Elze Nee, Jax hat, kann ich nicht Hex, sind wir bei uns? Hä? Ich hab Relector auf jeden Fall nicht kaputt gemacht Okay, das hab ich jetzt auch nicht ganz geschickt Ja, hier, Baron Ja, hier, Baron Geschenkt Müssen wir den schnell machen Baron, wir haben jetzt 3 Sekunden Zeit, Alter, kriegen wir den Und der Jungle ist nicht da Jetzt, was wollen wir Gexeln? Der geht auf die Bot Guck mal, wie weit das Teil geht, ey, wir gucken mal wo ich steh und wo ich das aktivieren kann Loll, ey, der hätte einfach weiter pfuschen sollen. Ist Jax jetzt hier hochgekommen? Ja, mit Speed zu kommen. Jetzt müssen wir direkt klatschen. Loll! Sein Ernst? Ich glaube, es hätten wir jetzt hinten nicht machen. Keiner, wir gewinnen das Feuer. Ja, Reksal will weiter. Sein Fehler. Ja, easy. Easy. Oh mein Gott, der Dreckstall. Ja, das war zwingend, sorry. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nein. Tschö.